Anschauliche Herleitung der binomischen Formeln Für die zweite binomische Formel betrachten wir ein Quadrat mit der Seitenlänge A. Dieses große blaue Quadrat wollen wir nun verkleinern auf das grüne Quadrat. Dazu schneiden wir entlang der grünen Kante und erhalten die Strecke B. Und weil es so schön war, gleich nochmal an der anderen Kante entlang. Die Seitenlänge des grünen Quadrates beträgt A minus B. Somit können wir den Flächeninhalt des grünen Quadrates berechnen mit Seite mal Seite, eben A minus B mal A minus B. Wir haben zwei gleiche Faktoren und deshalb können wir die Kurzschreibweise hoch 2 verwenden. A minus B in Klammer hoch 2. Wie kommen wir jetzt vom blauen Quadrat zum grünen Quadrat? Das blaue Quadrat hat den Flächeninhalt A Quadrat. Das ist jedoch zu groß. Wir müssen also was wegnehmen. Dieses gelbe untere Rechteck hat die Seitenlänge A und somit den Flächeninhalt A mal B. Den ziehen wir von A Quadrat ab. Und jetzt wenden wir einen kleinen Trick an. Wir wollen das gleiche gelbe Rechteck nochmal von der blauen Fläche subtrahieren. Dazu fehlt aber ein Teil und diesen Teil ergänzen wir uns nun mit diesem roten Quadrat. Plus B Quadrat. Jetzt können wir die komplette gelbe Fläche abziehen. Minus AB. So haben wir nun das blaue Quadrat auf das grüne Quadrat verkleinert. Auf der linken Seite können wir minus AB minus AB zu minus 2 AB zusammenfassen. Und wir erhalten A Quadrat minus 2 mal AB plus B Quadrat. Wir haben nun zwei verschiedene Rechenausdrücke für unser grünes Quadrat. Somit müssen beide Rechenausdrücke gleich sein. Und es gilt A Quadrat minus 2 mal AB plus B Quadrat ist gleich A minus B in Klammern zum Quadrat. Dass auch der rechnerische Weg ganz leicht ist, das zeige ich dir jetzt. Und ich wette mit dir, du schaffst das bis zum Schluss. Los geht's! Statt A minus B in Klammern hoch 2, kannst du auch ausführlich schreiben A minus B in Klammer mal A minus B in Klammer. Zum Ausmultiplizieren schnürst du dir Termpakete. In unserem Fall ist das erste Termpaket A und das zweite Termpaket minus B. Und nun wird ausmultipliziert. Jedes Termpaket der ersten Klammer mit jedem Termpaket der zweiten Klammer. Achte dabei bitte auf die Vorzeichenregel Plus mal Minus gibt Minus und Minus mal Minus gibt Plus. Minus AB minus AB kannst du zu Minus 2 AB zusammenfassen. Fertig! Klasse gemacht!